Hallo, ich bin Olaf Sieling vom Schuhhaus Sieling aus Bad Zwischenahnen. Unser Fachgeschäft besteht seit 1900 und wird von mir in der vierten Generation betrieben. Da das Thema Online immer größer wird, haben wir uns dazu entschlossen, diesen Weg mit der Schuh24-Familie, die aus vielen Händlern besteht, zu gehen. Hier können wir das ein oder andere Paar mehr verkaufen, was im Laden nicht verkauft worden wäre. Und so unseren Kunden vor Ort zur nächsten Saison mehr aktuelle und neue Ware zeigen. Denken Sie daran, durch den Kauf bei Schuh24 werden Händler vor Ort unterstützt. Danke fürs Zuschauen, like unsere Video auf YouTube, folgt uns auf Facebook, YouTube, Instagram und Twitter und dann erfahrt ihr immer Neues aus der Schuh24-Schuhwelt. Danke! Schuh24 – meine Schuhe, meine Stadt